Brooklyn Nine-Nine gehört zu den erfolgreichsten US-Comedy-Serien. In diesem Video wollen wir euch die Hauptcharaktere der Serie und die Synchronstimmen dazu vorstellen. Los geht's mit Andy Samberg. Er spielt den liebenswerten, albernen Detective Jake Peralta. Synchronisiert wird der Ermittler Peralta von Marius Clarin, den ihr vielleicht als Stimme von Jake Gyllenhaal oder Tobey Maguire kennt. Immer an der Seite von Jake ist sein bester Freund Charles Boyle, gespielt von Joey Letruglio. Charles ist ein ausgesprochener Feinschmecker. Synchronisiert wird Boyle von Axel Malzacher, apropos Gourmet. Axel hat unter anderem die kleine Gourmet-Ratte in Ratatouille gesprochen. Die nächste Rolle aus Brooklyn Nine-Nine liebt Ordnung, Regeln und ist absolut loyal. Detective Sergeant Amy Santiago. Schauspielerin Melissa Fumero hat kubanische Wurzeln und die wunderbare Magdalena Turba leiht ihr ihre Stimme. Selbstsicher, oft aggressiv und meist schlecht gelaunt. Detective Rosa Diaz, gespielt von Stephanie Beatriz, gesprochen von Maya Manero. Maya wird übrigens oft für Schauspielerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln besetzt. Sergeant Terry Jeffords ist der Vorgesetzte der Detektives. Auf ihn trifft der Spruch, harte Schale, weicher Kern besonders gut zu. Synchronisiert wird Terry, der Familienmensch von Matti Klemm, den ihr unter anderem auch als Stimme von Jason Momoa als Aquaman kennt. Besonders faul und verfressen ist Detective Michael Hitchcock. Synchronisiert von Lutz Schnell und sein Partner Detective Scully, den Hans Holbein spricht. Beide sind an Inkompetenz wohl kaum zu übertreffen. Angeführt wird das 99. von Captain Raymond Holt, gespielt von Andre Brower. Emotionen zählen nicht zu seinen Stärken und er versucht ständig strengere Regeln aufzustellen. Synchronisiert wurde Holt von Staffel 1 bis zur Hälfte der Staffel 7 von Leon Boden. Der Synchronsprecher verstarb leider während der Synchronisation von Staffel 7 und als Ersatz konnte man Matthias Klee gewinnen. Last but not least, Gina Linetti, Holtz-Assistentin. Gespielt von Chelsea Peretti, synchronisiert von Bianca Kral. Bianca spricht unter anderem auch Charlize Theron und Emily Blunt. Ihr komisches Talent konnte Bianca schon in The Big Bang Theory als Majin Bialik alias Dr. Amy Farrah-Fauler unter Beweis stellen.